Musik Wenige Schlafstunden später, 12 Uhr. Hallo, wir gehen fernsehen. Ja, herzlich willkommen zu dem Video. Heute ist Timmelfahrt, der 18. Mai 2023. Ich werde jetzt mit Lucy eine Weltreise starten. Wir haben uns extra freigestellt für unseren Job für vier Tage. Wir werden heute 38 Kilometer an der Wesernbank fahren. Karin wird uns noch begleiten, den Tag heute. Und dann geht es weiter. Du gehst weiter? Erstmal geht es heute zum Campingplatz Juliusplatte. Das ist in Ranzenbüttel. Und dann am Freitag fahren wir zum Campingplatz Vier. Haufen am Quellsee. Quellsee? Ich kriege es nicht rein. Bei Lilienthal. Bei Lilienthal, genau. Und am Samstag werden wir dann durch Bremen zurückfahren. Und dann werden wir Matthias ein bisschen die schönen Ecken von Bremen zeigen. Ja, da müssen wir leider wieder am Montag arbeiten. Also, dass so viel zur Weltreise ist. Okay, dann fangen wir los. Ja, ich kann auch noch treten. Erstmal musste ich aber das Scrabble-Bike von Luthi ausprobieren. Da fährt er hin. Hoffentlich kommt er wieder. Es scheint ihm zu gefallen. Ich glaube, er lässt jetzt sein Saftrad stehen. Und, Räder tauschen? Ja, Karin ist auch mit dem E-Bike heute unterwegs. Damit ich nachher schnell Gas geben kann, weil ich dann wieder nach Hause muss. Ja, sie fährt ja heute Abend nach Hause. Genau. Dann sind es für dich auch etwa 80 Kilometer. 70, 80. Ja, aber mit dem E-Bike können kann ich nicht. Wir sind etwa 6 Kilometer jetzt gefahren. Es ist echt schön hier. Es war flach. Oh, anhalten. Die Flasche kusseln schon wieder miteinander. Karin hat den Biertransport übernommen. Das ist aber ein schönes Geräusch. Sieht mal eine, die es voll einsticken. Huch, danke. Weil heute ist ja Vatertag. Ich habe ein Schicht geblasen. Ja, fahren wir trotzdem mal hin, würde ich sagen. Mal eben angucken. Wollen wir mal zur Blasmusik, Matthias? Was meinst du? Ja, geil. Da gibt es bestimmt Punktenwürste auch und Bier. Da gibt es auch Rumba-Pumpa-Musik. Moin. Da muss man sich echt Gedanken machen, ob es Probleme mit der GEMA geben könnte. Mit der Blasmusik. Wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde gefahren. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer? Ja, das sage ich dir gleich. 6,6. Ja. 6,5. Vom Bier ist es einfach definitiv zu früh. Noch nicht, aber... Bock, wo es geht auch noch nicht. Ja, und da hinten haben wir Lucien Kahn geheiratet. Da war das Trau-Zimmer. 20. August 2010. 10. 10. 10 haben wir geheiratet. Am 20. August dort drüben. Neben uns liegt der Bremen da hinten und hier gab es einen Aussichtsturm. Den haben sie offensichtlich abgebaut. Da war er mal, ja. Ja, da sieht man noch die Fadenkochung. Gut, hilft nichts, dann fahren wir weiter. Der war auch ein bisschen marode. Die letzten Kilometer bin ich auch ohne Motor unterwegs. Das brauchen wir einfach nicht bei der Geschwindigkeit von ... Wir fahren etwa mit 16, zwischen 16 und 18. Im Winter ist das hier überflutet, wenn der mal Winter ist und es friert. Wenn das Wasser draufsteht, kann man hier gut schlitz zulaufen. Ist das eine Moorlandschaft wahrscheinlich? Ja, Naturschutzgebiet. Also nichts mit Drohne steigen lassen? Nee, hier garantiert nicht. Haben wir eh nicht dabei. Ich bin auch mal ohne Motor unterwegs. Ging ganz schön hoch. Genau, hier ist der Weserradweg. Was für ein Kasten, ey. Auf der GoPro wird man das nicht erkennen können, aber das ist eine riesen Klopperanlagehalle. Da hinten steht noch eine. Ein architektonisches Highlight. Gleich kommt die längste Brombeerhecke Bremens, Matthias. Echt? Ja. Kommt da vorne gleich. Ein Kilometer nur Brombeerhecke. Aber es sind noch keine dran. Schade, dass die noch nicht reif sind. Wobei, dann wäre der Sommer auch vorbei. Da hinten sehen wir das Lankenauer Höft. Das Einzige, was vom Lankenauer Höft stehen geblieben ist, das ist dieser Radarturm. Da hinten kann man das Pier 2 erkennen. Die Konzerthalle da hinten. Ja, man kann es gerade so sehen. Ja, genau. Ja, das hat schon was hier. Dieser industrielle Flair. Und da hinten kommt noch ein Stahlwerk gleich. Jetzt kommt schon eine richtige Meeresbrise. Ja, alles richtig gemacht. Jetzt hat Lucy endlich mal schönes Wetter. Oh ja. Da muss ich nur einfach mitfallen, dann passt das schon. Wie bestellt. Ich dachte, du wärst das Ganze. Hier wollen wir mal ein kleines Päuschen machen. Direkt gegenüber von den Stahlwerken. Aber leider kein Bänkle. Ich habe noch so einen Sitzpolster dabei. Päuschen. Ja, war nur ein kurzes Päuschen. Haben jetzt gerade ein Brötchen noch gegessen, was wir uns heute Morgen geschmiert haben. Ja, auch wenn es warm aussieht, sind nur 13 Grad. Laut App. Ja, es ist recht frisch, aber es geht. Die Sonne hat schon eine gewisse Kraft. Ach so, heute ist übrigens Himmelfahrt. So, hier ist eine Massenveranstaltung. Da wollen wir doch mal dran teilnehmen. Ja, geh mal schnell hin. Ja, das war unser Aufenthalt für die letzten zwei Stunden oder war das anderthalb Stunden. Und jetzt geht es die letzten 18 oder 20 Kilometer weiter zu unserem Campingplatz. Oh, ist ja was los. Guck mal, der Gegenverkehr hier. Junge, ey. Heieiei. Jetzt geht es über das Ort am Sperrwerk. Das kommt da vorne. Das ist aber jetzt hier ganz träge gemeint. Der tobte gerade, der Bär. Sehr cool hier. Sehr cool. Und bist zufrieden? Aber vollstens nette Tour. Echt geil. Vor allem, weil der Asphalt, der belacht, der ist so richtig klasse hier. Ja. Kannst du richtig brettern hier. Besser geht es gar nicht, ja. Viele Radfahrer ohne Helm gesehen. Ich finde das absolut unverantwortlich. Das ist ein absolutes No-Go. Jaja, da habe ich noch gewitzelt. Aber 14 Tage später war ich doch froh, einen Helm getragen zu haben. Das ist wirklich ein sehr schöner Abstand hier. Jetzt geht es gleich los mit der Weserside Gallery. Da vorne kommt sie. Gleich geht es los. Ah ja, der ist gut. Sehr cool hier. Ja, ich hätte es schon länger vor, mit Lucie mal hier die Strecke zu fahren. Ja, wir haben es endlich geschafft, zur Himmelfahrt 2023. Wir fragen uns gerade, was das hier hinter uns ist, wer das ist. Ich habe gesagt, das ist Grobi. Matthias, was meinst du? Eine Eule. Okay. Aber es scheint echt Grobi zu sein, oder? Echt. Na ja, ich weiß nicht. Wo ist der Schnabel? Ja. Und wir haben hier diese Aussicht, Leute. Ist das Annie Lennox? Aha. Annie Lennox? Annie Lennox, könnte das sein. So, jetzt geht es wieder weg von der Weser. Und hier gibt es noch so einen Aussichtsturm. Könnte man jetzt in Anspruch nehmen. Verzichten wir aber drauf. Ich bin hier gerade mal in diesen Hafen hier reingefahren. Ich hoffe, dass Lucie und Karin bemerken, dass ich nicht mehr hinter dem bin. Mal halt mal einen Blick auf diese tolle Yacht mit dem steilen Bug. Und wie das Wasser drin glitzert. Wahnsinn. Weitere Infos zur Mega-Yacht findet ihr unter dem QR-Code. Wir sind hier falsch. Wir sind hier falsch. Nein, Karin war nur auf der Suche nach einem Wohnmobil-Stellplatz, wo sie Bekannte treffen wollte. Ja, ist es auch. So, back to track. Oder back on track. Wir sind gerade durch. Lember da durch. Und jetzt geht es wieder recht schön hier am Deich entlang. Ja, tolle Atmosphäre hier. Ja. 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 Und tatsächlich sind wir hier auf dem offiziellen Weseradweg. sehr cool. Jetzt habe ich den dritten Abschnitt zunächst auf meiner Hamburg-Tübingen-Tour. Ab Hameln bis Hannemünden. Und dann am 1. Mai Stolzenau die Ecke und jetzt hier Bremen Richtung Norden. Und sie dösen vor sich hin. Weiter geht's. Ich glaube, das ist für mich das erste Mal, dass ich eine geführte Tour mitfahre. Ja, auch ganz cool, wenn man sie einfach drauf verlassen kann. Es sind nur noch drei Kilometer. Der Kerl hat einen Vorschlag gemacht, nochmal hier irgendwo einzukehren. Aber die zwei, drei Kilometer fahren jetzt noch und schlagen unser Zelt auf. Da muss sie eventuell dann Gäste eine Gästekarte ziehen, wenn sie dann auch mit uns etwas verweilen will. Aber sie fährt dann nachher zurück. Ja, die 38 Kilometer oder 35, nachdem welche Strecke sie wählt. Ja. Auf in die E-Bike, ist doch alles kein Thema. Wir hätten unser Ziel erreicht, der Campingplatz Julius-Plate. Jetzt werden wir uns erstmal anmelden. So, wir bauen unser Bier gleich auf und dann trinken wir ein Zelt. Das Aufbau-Bier und das Zelt-Betrachtungs-Bier hinterher. Wir haben lange überlegt, bauen wir das Zelt hier auf, dann haben wir aber keine Sonne, bauen wir das Zelt da hinten auf, dann kommt das Auto nicht raus. Wir haben, glaube ich, 20 Minuten überlegt, aber haben eine Entscheidung getroffen, erst mal ein Bier zu trinken. Das sieht ja ganz schnöppelig aus. So, das Essen wäre fast fertig. Das Essen braucht noch ein bisschen. Wir haben noch einen Kumpf. Wir haben noch einen Kumpf. Chinabohnen. Chinabohnen sind das. Musik So, zweiter Café, die Sonne scheint, das ist super angenehm jetzt, nicht mehr ganz so kühl wie gestern. So etwas overdressed hier, mit meiner dicken Jacke, aber es war doch ein bisschen kalt heute. Musik Jetzt geht gleich auf die Fähre, setzen wir einmal über die Weser, da sind keine 50 Meter hier. Musik Geht auch schon los, wenn das nicht passt, geht schon los. Sauber. Ja, da hinten saßen wir gestern noch. Musik Die gehen wahrscheinlich erst auf, wenn die Autos durch sind. Ich fühle mich gerade so ein bisschen an den BKR erinnert, an die Steigung. Kurz nach der Fähre hier in dem kleinen Ort, dessen Namen ich nicht weiß und ich wieder einblende, haben wir hier nochmal ein paar Brötchen gekauft für unterwegs. Und dann gehen wir nochmal zwei Kilometer weiter etwa, da soll ein Bunker wohl sein, der wohl recht sehenswert ist. Ich lasse mich überraschen, ich bin gar nicht vorbereitet. Ich denke, unser Zwischenziel haben wir erreicht, unseren kleinen Abstecher zu dem Bunker. Musik Es ist schon imposant, das Ding. Das ist schon extrem eindrucksvoll hier, ganz mystisch. Musik Der U-Boot Bunker Valentin liegt direkt an der Weser und wurde in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs unter Einsatz von Zwangsarbeitern errichtet, wovon tausende ums Leben gekommen sein sollen. Hier sollten U-Boote gebaut werden. Es war das größte Rüstungsprojekt der Kriegsmarine und war gemessen an der Grundfläche mit über 35.000 Quadratmetern der größte freistehende Bunker in Deutschland und der zweitgrößte in Europa. Seit 2012 wird das Dach des Depot-Tals für eine Photovoltaikanlage genutzt. Seit 2015 ist es offiziell die Gedenkstätte Denkort Bunker Valentin. Dieser ist aber nur zum Teil begehbar, weil der Bunker zum Teil zerstört ist. Das war schon sehr eindrucksvoll. Also falls ihr mal hier auf der Ecke seid, schaut unbedingt mal vorbei. Man kann auch um den Bunker rumlaufen. Da gibt es einen richtigen Grundweg. Ich glaube, es kostet auch gar keinen Eintritt. Oder weißt du, ob es Eintritt kostet? Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, müssen wir sich noch mal informieren. Ich plane es ein. Nach etwa zwei Kilometer sind wir wieder zurück an der Elbe, wollte ich sagen, an der Weser. Genau hier an der Fähre. Und es ist heute echt ein traumhaftes Wetter. Fem Glück. Ja, wir sind jetzt gerade durch zwei Orte durchgefahren. Fegelsand und? Erst Blumenthal und dann jetzt über den Fegelsack. Tal und dann Fegelsack, genau. Und jetzt fahren wir wieder an der Weser entlang. Ja, hinter mir ist die Werft Lürsen. Die bauen ja solche Luxusjachten, meine ich. Hier gibt es überall Kunst. Eine Schiffsschraube. Hier sieht man den Einsatz eines YouTubers. Oh, ich wusste es. Das ist immer nicht so einfach. Ja, nach ein paar Kilometern machen wir jetzt eine kleine Pause, essen jeder ein halbes Käsebrötchen. Und genießen einfach mal den Ausblick hier. Wir haben so ein Glück mit dem Wetter. Heute ist es noch wärmer als gestern. Ich schätze mal so um die 15 Grad, werden es jetzt sagen. Jetzt fängt der Spaß an. Wir wollen jetzt mal die Räder tauschen. Hat Matthias wohl geschlagen. Oh, geht der sogar. Ja, und ich jetzt auf Saftrad. Gucken, ob ich das hinkriege. Jetzt E-Bike-Premiere. Ich glaube, die Kamera lege ich mal in unsere Hand. Oh, weg ist er. Da liegt die Kamera noch. Ja, ja. Ich habe einen Wheelie gemacht, glaube ich. Los, ich kriege auch noch dazu, dass der E-Bike fährt. So, auf ein halbes Jahr. Alter, schiebt der, ey. Wahnsinn. Klappt doch. Ja. Da hat was gepiepst. Tschüss. Hobel, der schiebt vielleicht. Wahnsinn. Ja, und ich kann auch noch Normalrad fahren. Ja, der Sattel ist mir etwas zu hoch bei Ludwigs Rad, aber es geht. Aber du hast doch relativ viel Gewicht in den Taschen vorne drin, glaube ich. Guck mal, wie schlank ich plötzlich bin. Ja, wir haben wieder die Räder zurückgetauscht und jetzt geht es über eine richtig schöne Brücke. Müssen leider schieben hier. Jo. Wir müssen weit ausholen hier. Hier rumkommen. Ach, wieder Fahrradfreundlich. Der Fuhre hier. Das ist wie mit so einem LKW ausholen hier. Und die Kamera noch in der Hand. Da hinten ist wieder das schwarze Schiff, was ich gestern von der anderen Seite gefilmt hatte. Wir müssen weiter noch. Hier rechts jetzt die Lesum und gleich wird es idyllisch, gleich wird es schön. Ein Schleusentor. Ops. Nettes Gässchen hier. Mann, ich fahre hier ganz stumpflegend an der Wesernklang. Aber es steckt doch immer wieder voller Überraschung. Wir fahren jetzt wieder mal über ein Sperrwerk. Und versuchen dabei keine Fliegen zu essen. Jo. Jo. Nice. Jo. 05-Aus os. 05-Aus. 1-2-Rendar. 2-4-N-E-D-N-N-T. 1-4-L-N-T. 2-4-N-T. 2-4-M-L-E-S. 1-5-R-C-1-P-L-E-N-T. 2-4-N-T. 2-4-N-T. 2-4-L-T. 2-5-R-P-L-E-M-T. 2-4-R-C-N-T. Musik Sag mal, Lucy, wie ist deine Laune? Am Anschlag, aber am guten Anschlag. Schon zum Matthias gesagt, jetzt eine Radreise, vier Wochen aus dem Stand, jetzt sofort. Ja, ich wäre sogar dabei. Sofort. Musik Der hat sich auch ein Paradies hier geschaffen. Musik Ich glaube, der schönste Schrebergarten Deutschlands. Musik Musik Hier hast du natürlich auch Auto verkehrt, ne? Für die Anlieger, die dürfen hier fahren, ist klar. Geht aber. Stark. Inzwischen ist unser Sprit alle, wir müssen mal dringend nachtanken. Nach 28 Kilometern jetzt hier unsere erste mögliche Rast. Das Haus Damsiel hier. Und da unten am Wasser, da werden wir uns gleich irgendwo auf einen freien Platz setzen. Und dann machen wir erst mal ein schönes Päuschen. Ja, und hier haben wir auch eine Tankstelle gefunden. Ja. Top. Damsiel heißt das hier. So ein nettes Tischchen hier gefunden. Top. Direkt an so einem Fluss. Ist das die Weser? Ich meine die Rümmel. Ja, netter, toller Biergarten hier. 14.14 Uhr. Ich bin mal gespannt, wann wir wieder loskommen. Die Gläser zählen wir aber nicht. Ich hab noch nicht mehr aufgesattelt, da kam Karin schon um die Ecke wieder. Ja, cool. Das passt doch. Wow. Ja, wir haben noch zwei Brötchen, die wir unbedingt noch verzehren müssen. Der Radweg ist hier der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ja, jetzt sind wir wieder zu dritt unterwegs. Und ja, wir haben noch etwa 20 Kilometer, schätze ich, mal zu dem Campingplatz Quallensee oder Hexenqualle. Ich kann mir das nicht merken. Hier hat wohl Peter Alexander seinen Stellplatz. Karin hat gerade gemeint, gegenüberliegt der Campingplatz, wo wir heute Abend landen. Hexenqualle oder wie kann man den Namen? Das andere war Hexenberg. Ja, jetzt fahren wir noch etwas an der Bühne entlang. Das ist ein Traum hier echt. Aufklären wir raus. So, jetzt bist du auf meinem Rad auch verewigt. Hier gibt es einen Bio-Hofladen mit Eisdiel und all drum und dran. Sehr gut besucht. Hätten wir nicht Pause gemacht, wären wir natürlich dann auch hingefahren. 143 Kilometer nach Hamburg, aber das werde ich heute nicht zurückfahren. Geht morgen mit dem Auto wieder zurück. Hier könnten wir eigentlich ein paar Häschen machen. Bis zum Campingplatz ist es nicht mehr ganz weit. Warum ist immer das, was man sucht und braucht, ganz unten? Warum? Ja, wir sind jetzt an der Bühne ab Lilienthal ungefähr auf der anderen Seite wieder zurückgefahren und sind hier an dem Restaurant zur Schleuse. Und machen jetzt ein kleines Päuschen. Stimmt, Lucy? Ja, machen wir. Was für ein lauschiges Plätzchen. Zu essen haben wir uns nichts bestellt, aber bei teils alkoholfreiem Bier haben wir uns über ernsthafte Themen unterhalten. Ich glaube, ich hab mal katt, Matthias. Das nimmst du mal raus. Unsere letzte Pause haben wir gut verkraftet. Jetzt geht es ungefähr sieben Kilometer bis zum Campingplatz. Der soll wohl im Wald liegen und ganz nett sein. Leider hat es sich ein bisschen zugezogen. Ich bin ein bisschen frisch, aber wir haben ja alles dabei. Ich bin ein bisschen zugeben. Es ist ein bisschen zugeben, aber wir haben keinen Kleinen. Ich bin ein bisschen zugezogen, sondern sieben, aber wir kommen nicht in einem kleinen Klipchen. Lausgeräusche, ich bin ein bisschen zugeben. Aber das würde dir okay, dass ich meiner Arbeit nicht in die Karriere anmacht hat und bin ich nicht in die Kre Carmen. Ich bekomme meine Eltern. Ich bin ein bisschen zugezogen. Aha, jetzt geht es noch mal rechts rein. Der Kimmelplatz ist doch etwas abgelegen, aber ich glaube, dass der Platz umso schöner sein wird. Kurz vor sieben, wir haben unser Ziel erreicht, wir haben schon die Zeltwiese gesehen, das sieht hier wirklich ganz entspannt aus, sehr weitläufig. Ja. So. Was steht da? Zwergenweg. Also eins, zwei, drei, vier, drei. Wenn ihr möchtet. Das ist ganz lustig. Also jeder zahlt hier 5 Euro plus 5 Euro plus Zelt. Sind gerade noch zwei, drei Dänen gekommen. Ja, ich habe dir erstmal vorgeschwärmt, wie tolle Radwege sie haben. Ja, wir können hier aufbauen, wo wir wollen. Das ist schon sehr speziell hier. Ja, so unkonventionell habe ich es noch nicht gehabt. Aber ich mag das. Wir können es aussuchen, wo wir wollen. Und dann Karin hat, glaube ich, schon ihre Vorstellung. Da ist Second Pur, ne? Das erste, was ich gemacht habe, war erstmal einen Stuhl aufzubauen. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Mh. Susi hat auch plötzlich Hunger gekriegt. Ich muss dringend was essen. Dann fahr ich um. Musik Ja, heute Nacht hat die Luftmatratze tatsächlich ein bisschen Luft verloren. Ich musste einmal nachpumpen. Ja, also nach drei Jahren ständiger Nutzung bin ich trotzdem ganz zufrieden. Aber ich muss das noch irgendwo mal finden. Ich vermute ja fast, dass es hier irgendwie an dem Ventil liegt. Ja, mal schauen. Aber es geht. Noch geht's. Mein Zelt steht. Karrens Zelt steht auch. Ist gerade auch dabei, die Luftmatratze einzubringen. Und was sehr auffällig ist, dass Lucy sein Zelt sehr weit weg von meinem Zelt aufgebaut hat. Was bestimmt irgendwelche Gründe hat. Ja. Also falls Fragen kommen, warum zwei Zelte? Ich meine, wir sind ja verheiratet, ne? Ach so. Also erstens, ich schnarche, Karren auch. Das ist immer das Erste. Ja, ich habe schon gerade gesagt. Und das Zweite ist, wir müssen unbedingt mal wieder dein Zelt aufbauen. Das haben wir zuletzt vor acht Jahre her. 2018. 2018 haben wir das aufgebaut. Ach so, bin ich drauf, ja. Das ist schon eine ganze Weile her. Deswegen haben wir gedacht, wir müssen das mal aufbauen. Dringend. Und so haben wir es denn. Damit wir euch gleich den Wind aus dem Nägel nehmen. Warum zweit? Ich darf so dein Schlafzimmer filmen, oder? Klar. Kannst auch gleich noch mal saugen, wenn du siehst. Weil du stehst gerade, ne? Ja. Kannst mal gucken, ob da der, hier dieser Puster da irgendwie nicht. Ja. Ich schau mal. Was hast du auch früher mit den Brötchentüten? Ja, ja. Ich versuche das mal aus Entfernung aufzupusten. Hm? Wie? Ich habe zwar noch 46 Prozent auf meinen Akku, aber ich lade ihn immer auf. Einfach hier direkt im WC-Häuschen. Da wird sich schon irgendwo eine Steckdose finden. Ja, da oben. Ja, da draußen nehme ich jetzt mein Zelt. Ich habe jetzt den Akku hier hingelegt. Hängt ja am Strom. Enden anderthalb Stunden ist er auch wieder voll. Oder Stunde vielleicht sogar. Und ich will noch eins sagen. Die beiden haben auch ein Wohnmobil. Aber Zelten? Zelten hat auch seinen Charme. Es hat neun. War ein toller Tag an der Weser heute. Ja, wir lassen den Abend jetzt ausklingen. beim Bierchen. Und lauwarmen Bierchen leider. Und morgen geht es dann zurück in Richtung Mackenstedt. Tschüss und bis morgen. Ciao. Tschüss, bis morgen. Tschüss. 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 Das ist ja auch eine ganz idyllische Ecke. Mit Blick auf den Müllberg. Trotzdem sehr schön hier. Was den Engländern hier Stonehenge und den Bremen hier Metalhenge. Oben auf dem renaturierten Müllberg. Also Metalhenge von Bremen. Das ist hier mal nicht zu verachten. Na Lucy, alles gut? Klar. So stillschweigend hinter uns. Genießt das gerade hier. Ja, wir haben jetzt das Stadtgebiet von Bremen erreicht. Fangen wir mal Richtung Zentrum. Aber wir hatten schon etwas Gegenwind. Musste schon ein bisschen kämpfen jetzt. Ja, zur Rechten hier der Torfkanal und links der große Bürgerpark. Wir fahren jetzt mal bis ans südliche Ende vom Bürgerpark. Ja, da suchen wir uns mal irgendwas zum Hinsetzen, dass wir eine kleine Pause machen. Wir haben jetzt schon 19 Kilometer auf dem Tacho. Es ging relativ schnell. Wunderschön zu fahren. Zur Rechten das Parkhotel. Wir haben fast ein bisschen zum Hinsetzen. Ja, da wollen wir. Wir haben jetzt mal die andere Sachen. Das ist ein bisschen Zeithaus. Das ist ein bisschen Zeithaus. Das ist ein bisschen Zeithaus mehr als gesund. Das ist eine kleine Tácher. Das ist ein bisschen Zeithaus. Ich bin ein bisschen Zeitius. Wir haben jetzt alles geöffnet. Wir haben jetzt das glaube ich nicht. Wir sind mittlerweile durch Bremen durch und ein paar Ortsteile sind wieder fast in der Weser, die befindet sich hier hinter diesem Tümpel und waren noch einen Kaffee trinken bzw. haben noch ein Bierchen getrunken und fahren jetzt weiter in Richtung Luthi und Karrens Haus nach Großmackenstedt. Was war das für ein lauschiges Wochenende und das quasi vor der eigenen Haustür? Natürlich findet ihr die Strecken wieder in der Videobeschreibung. Diesmal sind es Links auf Luthis Komootprofil. Wie ihr sicher bemerkt habt, haben wir sämtliche Videoclips in einen Topf geworfen. Eine Gemeinschaftsproduktion sozusagen. Ich bin mal gespannt, was Luthi aus dem Videomaterial gebastelt hat. Ich habe es selbst noch nicht gesehen. Sein Video geht zeitgleich mit diesem Video online. Wir sind gleich wieder bei Luthi, bei Karren am Haus. Wir haben heute 50 Kilometer immerhin zurückgelegt. Ja, es war ein tolles Wochenende. Es waren jetzt genau zwei Tage und zwei Stunden, die wir unterwegs waren und das ist halt total schön, einfach den Kopf so freizukriegen. Wir sind wieder zurück und ich habe jetzt genau 50 Kilometer auf dem Tacho. Bei Karren waren es 48. Ja, so unterschiedlich kann er sein. Nach zwei Tagen und zwei Stunden sind wir schon wieder zurück und mir kommt es vor wie eine Ewigkeit und könnte ewig noch weiterfahren. Lucy meinte das auch gerade eben. Er könnte jetzt hier eine vier- oder sechswöchige oder halbjährige Reise machen. Also wir sind eigentlich richtig eingeschossen. Wir können jetzt erst richtig loslegen. Ich glaube, wir packen gleich wieder noch ein bisschen Wechselwäsche ein und fahren wieder los. Machen wir. Ich muss leider gleich wieder zurück nach Hamburg und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ja, das war unser Aufenthaltsraum. Ja, das war unser Aufenthalt die letzten zwei Stunden. Wir fragen uns gerade, was das hinter uns, wer das wohl ist. Ich habe gesagt... Entschuldigung. So, nochmal. Ich denke, unser Zwischenziel haben wir erreicht. Immer diese YouTuber, die einem durchs Bild laufen. Ja, Karren hat gerade eine geografische Info mir... Ne, wie soll ich es formulieren? Wie heißt das hier? Das Pflichtprogramm wäre erfüllt. Die Zelle. Die Zelte. Genau das. Die Zelle. Die Zelle. Das Pflichtprogramm wäre erfüllt. Und vergiss diesen Clip, der war einfach dumm gelabert.